Ich begrüße dich, ich begrüße dich ganz herzlich, denn deine Zeit ist jetzt gekommen, deine Zeit, dich zu erheben, deine Zeit, denn ich bin ein Erinnerer, ich bin Aquarius und ich bin für dich da, ich bin für dich da, damit du dich in deine neue Ära, in deine neue Welt dich erhebst, erhebe dich jetzt, geliebtes Wesen des Universums, denn du bist ein unglaubliches, ein machtvolles Wesen, erkenne das an für dich und für deine Kraft und aktiviere jetzt deine Macht, deine Kraft, deine unglaublichen Fähigkeiten, was in dir nur schlummern, denn in Wirklichkeit kannst du alles erreichen im Leben, was du dir wirklich wünschst, du bist hier, um alles zu bekommen, du bist hier, um wirklich die Welt zu erhellen mit deiner Kraft, mit deiner, ja, wie soll ich das sagen, mit deinem schlafenden Potenzial und indem du in der Kraft kommst, indem du jetzt die Entscheidung triffst, dass du wirklich in dieser Kraft bist, wirklich beendest die Dualität, dann bist du bereit, wirklich hier und jetzt in dieser Kraft zu leben, in der Kraft der absoluten Freiheit. Erkenne jetzt für dich, was es bedeutet, wirklich absolut frei zu sein hier auf der Erde, was es bedeutet, wirklich deine übersinnlichen Fähigkeiten zu aktivieren, dass zum Beispiel dich noch nie nicht mehr ärgerst, dass du keine Probleme mehr hast, denn in Wirklichkeit hat nur ein Mensch Probleme, nur ein Mensch kann sich erhören, aber wer bist du wirklich? Du bist kein Mensch. Erkenne das für dich an und aktiviere dich jetzt, aktiviere dich, in deine Kraft zu kommen, aktiviere dein Potenzial, aktiviere deine DNA-Strengung, aktiviere dein Potenzial, jetzt. Aktiviere jetzt dein Potenzial, spüre, wie jetzt eine Kraft in dir, aus deinem Herzen jetzt sich aktiviert und aktiviere jetzt noch mehr dein Herz, aktiv in dir diese Absicht jetzt vollkommen dein Herz zu aktivieren, aktiviere jetzt dein Herz und spüre, wie dein Herz sich entfaltet und entfaltet und entfaltet und nimm deinen ganzen Körper im Besitz. Hab deine Absicht jetzt, deinen ganzen Körper im Besitz zu nehmen, mit dem, der du wirklich bist, denn du bist kein Mensch. Du bist kein Mensch, du warst noch nie ein Mensch, sondern du bist die Kraft, die alles erschaffen hat. Und es geht darum, die Implantate, was du hast, zu löschen, damit du ab jetzt, ab heute wirklich ein freies Wesen hier auf der Erde bist. Ich zum Beispiel lebe schon seit dieser Freiheit, schon seit über zehn Jahren. Seit über zehn Jahren lebe ich wie ein Gott hier auf der Erde. Und es kann jeder Wesen, der sich entscheidet, in seine Kraft zu kommen. Also entscheide dich jetzt, in deine Kraft zu kommen. Und spüre jetzt dein Herz und öffne dein Herz, jetzt aktiviere dein Herz und spüre, wie der, der du wirklich bist, noch gefangen ist in diesem Körper. Wir kennen das Hand für dich, dass du, du glaubst noch ein Mensch zu sein, du glaubst, dass du in diesem Körper bist. Aber in Wirklichkeit bist du nur gefangen in diesem Körper, weil du glaubst, dass du ein Mensch bist. Und es geht darum, erwachsen zu werden, das heißt, über dich hinaus zu wachsen. Um so in deine Kraft zu kommen und so deine absolute Freiheit zu leben. Entscheide dich jetzt, denn es ist alles da. Denn schaut euch die Vögel an. Ja, die ernten nichts, die sehen nichts und doch bekommen sie alles, was sie brauchen. Und was ist mit dir? Bist du es dir wert? Bist du es dir wert, wirklich in diese Kraft zu kommen, der auf dich wartet? Die geistige Welt wartet die ganze Zeit auf dich. Alle warten auf dich, dass du dich aktivierst, dass du, denn keiner kann es ja für dich machen. Nur du kannst es machen. Das heißt, alle 13 Dimensionen in dir zu aktivieren. Erkenne für dich das dann. Erkenne diese Kraft in dir, was jetzt kommt. Und spüre jetzt dein Herzen vielleicht wie noch nie zuvor. Hab tief in dir diese Absicht jetzt. Spüre deine Kraft, spüre deine Herzen und aktiviere jetzt dein Herz. Lass es ausdehnen. So mindestens sage ich immer mindestens 33 Zentimeter. Das heißt, dieses Herz, was ich spreche, ist nicht der physische Herz. Es ist natürlich in der Ätherkörper. Und dieses Herz darf sich öffnen. Denn das ist zu. Alle Kanäle, alle deine Kanäle sind zu. Denn du wolltest ja die Erfahrung machen, wie es ist, alles zu vergessen. Du wolltest die Erfahrung zu machen, wie es ist, hier in der Dualität zu leben. Und ich spreche die Wesen an, die bereit sind, Schritte zu tun in ihrer Evolution. Denn das ist ja nichts für jeden. Weil wenn du noch leiden willst, wenn du noch Dualität spielen willst, wenn du in deiner Welt noch Gut und Böse gibt und es nicht ändern willst, dann ist es das nichts für dich. Sondern es ist wirklich für dich, wenn du dich entscheidest, deine übernatürlichen Kräfte, sozusagen übernatürlich, das sind deine ganz normalen Kräfte, El Sehen, El Hören, Telepathie, damit du wirklich diese Kräfte in Besitz nimmst. Damit du wirklich lebst. Damit du zum Beispiel aus Wasser Wein machen kannst. Und nicht nur das, zum Beispiel das Wetter, das du so änderst, wie du es haben willst. Und andere Fähigkeiten, was auf dich warten. Spüre in dich hinein jetzt, ob du wirklich bereit bist. Ob du wirklich bereit bist, in deine Kraft zu kommen. Und spüre, wie aktiviert bist du. Wie aktiviert bist du. Und bist du bereit, wirklich in deine Kraft zu kommen. Bist du bereit, wirklich die Dualität hinter dir zu lassen. Bist du bereit, wirklich als Schöpfer deiner Realität zu leben. Denn du bist, und erkenne das an, du bist der Schöpfer deiner Realität. Das heißt, alles, was du erlebst, hast du verursacht. Alles. Absolut alles. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass du alles, was du erlebst, du verursacht hast, entweder bewusst oder, wie die meisten Menschen, 99%, die noch schlafen, unbewusst. Das heißt, deine Programme, was du noch hast, deine Konditionierung, tun das in außen. Und du erlebst das, was deine Programme dir geben. Deswegen ist es wichtig, in deine Kraft zu kommen. Spür in dich hinein. Ob du bereit bist, wirklich in diese Kraft, in diese Göttlichkeit, in diese vollkommene absolute Freiheit. Das ist mein Lieblingswort. Denn ich lebe in meiner absolute Freiheit schon seit über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren mache ich hier, was ich will, wann ich will, ich stehe auf, wann ich will. Ich bekomme alles, was ich brauche, weil ich verbunden bin. Und indem jeder Mensch wieder verbunden wird, bekommt alles, was er braucht. Keiner muss hier arbeiten. Arbeiten tun du Wesen, der das Leben noch nicht versteht. Und es ist Zeit, erwachsen zu werden. Spür in dich hinein. Ob du wirklich bereit bist, erwachsen zu werden. Oder ob du noch weiter hier in dieser Matrix spielen willst. In dieser Dualität. Und es ist deine Entscheidung. Und das Schöne ist, in jeder Sekunde kannst du dich neu entscheiden. In jeder Sekunde kannst du eine neue Wahl treffen. Entweder für deine Freiheit oder für deine Sklaverei sozusagen. Für deine Dualität zu leben. Wenn du wirklich bereit bist, in die Kraft zu kommen, dann kommt es zu unserem 6-Tage-Seminar, Homo Christus 2. Da geht es um die übersinnlichen Fähigkeiten zu aktivieren. Da geht es wirklich darum, aufs Wasser Wein zu verwandeln. Und nicht nur das. Es geht darum, deine übersinnlichen Fähigkeiten zu aktivieren, sodass du wirklich deinen Tag vorbereitest in der Früh und du weißt, was alles passiert. Denn es ist alles möglich. Aber dir ist das möglich, was du zu dir in Besitz nimmst. Das heißt, in Wirklichkeit ist für jeden alles möglich. Nur je nachdem, wie du aktiviert bist, nimmst du nur das, was für dich stimmig ist. Gibt es, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann kann ich gerne das beantworten. Und ansonsten, ich schicke euch einen Link, wo ihr euch für das Seminar meldet könnt, wenn ihr diese Resonanz habt. Denn wie gesagt, dieses Seminar ist ja nicht für jeden, sondern nur für die, die wirklich in ihre Kraft kommen wollen. Die, die noch Dualität leben wollen, sind hier völlig verkehrt. Auch die, die zum Beispiel Opfer erleben wollen oder jammern wollen oder sagen, oh, das Leben ist so schlecht oder was weiß ich was. Ich weiß nicht, welche Programme die Welt alles haben. Von anderen, dann bist du hier absolut verkehrt. Denn hier geht es wirklich, in deine Kraft zu kommen, in deine Liebe zu kommen und wirklich diese Liebe zu leben. Wirklich diese Liebe und dein Herz zu spüren, diese Verbundenheit mit alles, was ist. Wenn du mit Gott bist, wer kann gegen dich sein? Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist genauso, stell dir vor, es ist dunkel und du bist das Licht und du aktivierst jetzt dein Licht. Da hat die Dunkelheit keine Chance. Denn da, wo Licht ist, kann kein Dunkel sein. Da ist einfach Licht. So einfach ist Leben. Und das Leben ist für jeden ganz einfach. Und mach es dir ab jetzt wirklich ganz einfach. Denn alles im Leben ist sowas von einfach. Es ist so einfach, wie du dir machst. Wenn du erkennst, wer du wirklich bist, wenn du erkennst, dass du wirklich der Schöpfer deiner Lebensumstelle bist, wenn du erkennst, dass du wirklich der Schöpfer deiner Möglichkeiten bist, dann kannst du alles erreichen, was du wirklich willst. Ja, lass dir helfen oder mach es alleine. So einfach ist Leben. Also, komm zu unserem 6-Tage-Seminar, jetzt im Februar, zu Homo Kysios 2. Übersinnliche Fähigkeiten aktivieren. Verwandle Wasser in Wein. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für dich selbst. Und ich freue mich bei dir, ja, unsere absolute Freiheit zu leben hier auf der Erde. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. 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 Vielen Dank.